Moin moin Leute, das hier ist ein ganz kurzes und kleines Ankündigungsvideo, denn heute wird gestreamt, sehr wohl, ich hab's endlich geschafft, meine Ausrüstung ist da und ich hab jetzt alles aufgebaut und will das heute mal austesten. Heißt, heute streame ich eigentlich ausschließlich Heroes of the Storm und zwar mit Wolfie zusammen, mit dem ich das immer zocke, das wird tatsächlich nur ein Stream. Wir beide zocken ein bisschen, vielleicht kann der ein oder andere Abonnent auch noch mitmachen, das weiß ich aber noch nicht, müssen wir schauen, denn ich habe kein TS heute, heute wird nur über Skype kommuniziert und Skype ist so eine Sache, da habe ich tatsächlich nur Freunde und keine Abonnenten. Ich werde mich aber nach dem TS noch erkundigen, so dass ich das nächste Mal dann mit euch zusammen euch den TS holen kann, bla bla bla, ihr kennt das alles. In den Kommentaren von meinen News kamen auch so ein paar Sachen, wollen wir nicht das und das und das? Nein, wollen wir nicht, heute nicht, denn heute ist es tatsächlich so ein Stream, wo wahrscheinlich nicht alles rundlaufen wird, denn ich muss meine Einstellungen nochmal testen, gucken wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Heißt, es ist tatsächlich so, nur ein, ich zocke ein bisschen und streamen dabei, streamen kein tatsächliches Community-Stream, wie ich das sonst immer mache. Grundsätzlich bei den Streams, wie es ablaufen wird. Ich werde versuchen meistens oder zum Großteil auf jeden Fall Free-to-Play-Games zu spielen, damit ihr das natürlich mitspielen könnt und das passt ja auch zum Channel. Es kann aber auch sein, dass ich auch mal Dragon Ball spiele oder vielleicht Hardline oder irgendwas, worauf ich gerade Bock habe. Aber heute tatsächlich Heroes of the Storm, was ihr aber gerne machen könnt, ist mir dann in den Chat sagen, okay, zeig mal diesen Helden, zeig mal den Helden und so weiter und so fort. Ich habe ja schon einige Helden freigespielt und ich habe auch kein Problem, mal eben einen Helden zu kaufen, falls ihr das selber noch nicht wisst und einfach mal testen wollt, wie es ist. Heißt, ihr solltet auf hitbox.tv vorbeischauen. Wann geht es los? Zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Da werde es aber, ja, auf jeden Fall spätestens 20 Uhr wird es losgehen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, unten in der Videobeschreibung ist ja ein Link zu meinem Hitbox-Channel. Dort könnt ihr einfach auf Follow klicken, kostet euch nichts und dann kriegt ihr immer eine Mail, wenn ich anfange zu streamen. Es kann gut sein, dass ihr jetzt schon ein paar Mails bekommen werdet, denn ich muss jetzt schon mal so ein paar Einstellungen vorab testen. Aber 19.30 bis 20 Uhr geht es auf jeden Fall los. Ich und der Wolfi sind auf jeden Fall am Start und vielleicht der ein oder andere Abonnent. Dann aber wahrscheinlich halt ohne Sprache, was ein bisschen schade ist, aber man kann es trotzdem probieren. Also, ich freue mich darauf, wenn ihr Bock drauf habt. Kommt einfach vorbei und wir sehen uns dann gegen 20 Uhr im Stream. Bis dann!